Auch wieder einmal, muss man sagen, die beste Trainingszeit herausgefahren, neben ihm mit der Startnummer L4, Clay Regazzoni, eine halbe Sekunde langsamer. Hinter Lauda, Fittipaldi auf dem McLaren und Jody Schechter-Tyrrell. Der große Gegner, Carlos Reutemann, stand auf dem siebten Startplatz, Sie können ihn jetzt nicht sehen, rechts, in Fahrtrichtung, also links, in der vierten Startreihe. Direkt vor ihm Jochen Maas, auch nicht sichtbar im Bild, aber Sie werden ihn gleich sehen. Auf dem McLaren mit der fünf besten Trainingszeit, da steht er jetzt rechts, Hans Stuck auf Platz 14, Harald Ertl Platz 15 und Rolf Stommelen auf dem 21. Platz von 24 Qualifizierten. Vorstart, Sie wissen, der wird deshalb gemacht, ob auch alle Fahrzeuge in Gang sind und trotzdem wird gleich einer ausfallen. Vicky Lauda, Clay Regazzoni. Jetzt können Sie an dem Hinterrad gleich sehen, wie der Gang eingelegt ist. Jetzt. Und Start. Und da hinten gibt es ein Durcheinander, der rote Wagen bleibt stehen. Das ist Brambilla, der sofort seine Kupplung ruiniert hat und gleich ausfällt. Da ist er. Mit Toyo Brambilla auf dem March. So, vorne beide Ferrari, Nummer 11, Clay Regazzoni, Jochen Maas neben Niki Lauda, aber Lauda ist vorne Jochen Maas dritter und Jody Schechter auf dem blauen Törl vierter. Regazzoni, Lauda und Maas. Hier Jochen Maas mit der Startnummer zwei, Schechter und dahinter Carlos Reutemann mit der Startnummer sieben. Sie werden sich erinnern, dass die Startnummer sieben früher immer Stirling Moss vorbehalten war. Der Regazzoni hat schon einen gewissen Abstand. Das ist jetzt keine Taktik. Er hat zehn PS mehr in seinem Wagen als Niki Lauda. Es ist ein Versuchsmotor und man pokert bei Ferrari der Gestalt, dass man sagt, Regazzoni, bei ihm ist es ziemlich egal, ob er ausfällt. Man versucht natürlich auf Sieg zu fahren, man hat ihm zehn PS mehr gegeben, wie gesagt. Aber bei ihm ist es nicht so wichtig, ob er hier ankommt oder nicht. Erste Runde und jetzt gibt es gleich ein fürchterliches Durcheinander an der neuen Schikane. Passen Sie auf. Die ersten beiden kommen glatt durch und hinten verbremst sich Jody Schechter. Und Jochen Maas, sehen Sie Nummer zwei, fährt über den Randstein und demoliert sich seine Vorderaufhängung, während Schechter zurückstoßen kann und weiterfährt. Das ist Harald Ertl und hier gibt es natürlich ein fürchterliches Durcheinander. Die Wagen fahren teilweise rückwärts. Sie sehen Rolf Stommelen hier mit der 23 und das rechts ist Mario Andretti, der aufhören muss. Das ist die Verfolgergruppe, Carlos Reutemann mit der 7. Dahinter Amazon Fittipaldi. Hier steht noch Mario Andretti. Er muss aufhören. Also bereits zwei prominente Ausfälle wie Toyo Brambilla und Mario Andretti. Und die beiden Ferrari, die hier glatt durchkamen, haben sich weit abgesetzt schon. Dahinter Reutemann, dann Amazon Fittipaldi. In Führung, Play Regazzoni. Dann Niki Lauda. 52 Runden zu 5 Kilometern und 75 sind zu fahren. Das ergibt 300 Kilometer und 56 Meter für den ersten, der vorne an der Startlinie steht. Carlos Reutemann dahinter, hier mit der Nummer 7. Er ist halt der einzige, der Niki Lauda noch den Titel streitig machen kann, wenn er nämlich alle noch ausstehenden großen Preisen gewinnt und Niki Lauda hier über einen sechsten nicht hinauskommt. Zweite Runde gefahren. Die Ferrari ziemlich weit vorne und dahinter der Dreierpulk. Mit Reutemann, mit Fittipaldi und dahinter James Hunt. Wenn Sie den Wagen genau ansehen, Sie sehen, er hat keine Airbox mehr. Das ist der neue Haskes, der für das Jahr 76 geplant war. Aber auch das wissen Sie, Lord Alexander Haskes hat den Rennsportakt eh gesagt. Er hat keine Sponsoren mehr gefunden. Und so wird James Hunt frei für andere Aufgaben. Er wird wahrscheinlich zu McLaren gehen. Und das ist Rolf Stommelen, der einigen Ärger mit seinen Reifen hat. Das stammt noch aus dem Zusammenbrei mit Mario Andretti. Und hier kommt der Lotus von Crawford. Auch er war in die Kollision verwickelt. Und schauen Sie sich seinen Hinterreifen an. Das hält das beste Fahrgestell nicht aus. Die Ferrari vorneweg. Regazzoni und im Windschatten Niki Lauda. Und dahinter der Dreierpulk. Mit Reutemann, mit Fittipaldi und mit Hunt. Übrigens war auch Hans Stuck in dieser Kollision verwickelt. Seine Vorderradaufhängung wurde ebenso verbogen. Und hier kommt Ronny Petersen zu Fuß. Er erlitt Motorschaden. So, und nun sehen Sie vorne zwei überrundete oder zu überrundete. Und zwar Jody Schechter, der sich ja in der Schikane verbremst hatte. Und dahinter Harald Ertl mit dem braunen Auto. Und das ist eine sehr positive Überraschung. Harald Ertl hatte sich ja am Nürburgring schon sehr gut geschlagen. Er ist übrigens sozusagen das Gegenstück zu Jochen Rindt, der ja deutscher Staatsbürger war, mit österreichischer Lizenz fuhr. Harald Ertl ist Österreicher und fährt mit deutscher Lizenz. Vorne Schechter, dahinter Ertl. Und die beiden Ferrari, die nun versuchen, an den beiden hier vorne vorbeizukommen. Aber an Schechter kommt man nicht sehr schnell vorbei. Und das werden Sie noch sehen. Beide Ferrari natürlich dadurch etwas gebremst. Und der Dreierpult, der hinter Ihnen liegt, kommt bedrohlich auf. Jody Schechter, der Südafrikaner, auf dem Tyrrell. Dann Harald Ertl auf dem Heskes, ein Privatwagen. Und die beiden Ferrari von Regazzoni und Lauda. Dieser hier ist ebenfalls überrundet. Und hier Reutemann, dahinter Fittipaldi. Und Hand, der ein bisschen Schwierigkeiten mit den Bremsen bekam, fällt zurück. Immer noch das gleiche Bild. Jetzt versucht, nein, er hat es geschafft, Regazzoni an Ertl vorbei. Wir sehen es hier in der Kurve. Vorne noch Schechter und jetzt Regazzoni, Ertl und Lauda. Und das hat, dass Harald Ertl Autofahren kann, da sieht man, dass er doch Regazzoni sehr gut in dem Windschatten bleibt. Und er hat da in dieser Position rundenlang mithalten können, er fiel dann allerdings zurück. Und ich darf es jetzt schon sagen, die Ferrari haben sich freimachen können. Aber Niki Lauda erhält einen neuen Verfolger. Und zwar Emerson Fittipaldi. Auch Reutemann Schwierigkeiten mit dem Bremsen, Regazzoni weit vorne, Lauda und Emerson Fittipaldi ganz dicht an Niki Lauda dran. Der Weltmeister des Vorjahres zieht nochmal alle Register. Und geht Schert aus, versucht vor ihm, vor Lauda in die Schikane hineinzukommen. Und Lauda wehrt sich auch gar nicht lange. Und wie sich herausstellte, der Wagen übersteuert sehr stark. Wenn Sie mal in der Kurve hinsehen, werden Sie sehen, dass der Wagen doch sehr schwer zu fahren ist. Es hatte sich ein Stoßdämpfer gefressen. Es ist also keinerlei mangelnder Kampfgeist, wie Niki Lauda gelegentlich vorgeworfen wurde. Sondern er konnte mit dem Wagen gar nicht schneller fahren. Und er musste den immer noch regierenden Weltmeister wie Emerson Fittipaldi vorbeilassen. Und hier geht Leirigazzoni als Sieger über die Ziellinie. Und er hat einen ganz gewaltigen Vorsprung vor Emerson Fittipaldi. Das ist noch Niki Lauda in der Parabolika. Da kommt Fittipaldi. Und wird in diesem Moment von Niki Lauda als Weltmeister abgelöst. Ehrenrunde und die Tifosi sind natürlich wahnsinnig vor Freude. 200.000 waren im Park. Und das sind die üblichen Bilder in Monza. Der strahlende Sieger, Claudio oder Clay Regazzoni. Aber Niki Lauda ist damit Weltmeister. Das korrekte Ergebnis noch. Zweiter Fittipaldi. Dritter Lauda. Vierter Reutemann. Fünfter Hand. Sechster Tom Price. Siebter Depayé. Achter Schechter. Und Neu.